Jetzt, Herr Mas, jetzt, Herr Mas. Ich bin Ronaldo. Nochmal, nicht auf den Ball stehen. Wo spielt Ronaldo, Mama? Ich habe keinen Namen. Fahrrad geht nicht. Land. Jetzt lass mich in Ruhe. Spanien. Nein, Portugal. Wenn du mir schon Tipps gibst, dann gibst du ja auch richtig. Aber jetzt hat in welcher Nationalmannschaft gespielt, oder nicht? Ja, jetzt, jetzt, Danny! Ja, komm, bitte, jetzt. Und jetzt, und? Die Hörmacht, bevor sie vor was sagen. Mama, wo spielt er sie? Ja, die Mannschaft. Sieh mal das an, sieh mal. Es ist wieder voll. Es ist hot. Es ist hot. Es ist hot. Hot heißt heiß. Hot hot. Now, jetzt! Ja, zwei Torhü. Eineminiere Kebe. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Senin gibi değil, komm. Ja, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Und du? Wir kämpfen gegen drei. Was wollen wir machen? Ja, von Luca geht ran, ne? Gut. Ah. Gut. Gut. Wir machen das, wir machen los. 4-0! 4-0! Ach komm, 4-0, siehst du? Dein Bruder hat über... Schau mir doch! Nee, das ist Dani. Dani war da. 4-0. Aber 4-0 steht. 3-0. 4-0. Ah ja, stimmt. Das war Dani, zwei Jahre. Sturm-Duo. Ja, ja, den auch. Boah, der war super schön. Das sagt gar nichts. Ach ja. Im Dorf bleibt schießt der Doppel zu werden. Medizanschreif. Ja, der hat gehandelt. Schiebe überhaupt keine Ahnung, was schießt. Und schießt. Ja, ich weiß nicht, wo andere die Ahnung spielt. Ja. Ich hab hier noch guckt, was die jetzt eigentlich gemacht hat. Ja, ich weiß nicht. Du bist toll, Mami. Der Döner wäre ich nicht schnell. Die alles auf einmal kam. War! Ich brauche immer zu kleines Döner. Na, Mama, ich bin nicht so alt. Na und? Ich hab doch nicht mehr alt. So? Du hast geniessen. Ich geniessen immer. Ja. Sogar wenn ich einen Döner esse, kann ich es nicht sagen. Ich liebe Soße. Ich liebe Soße. Und Soße ist auch gesund. Jörg und stellst dich auf die drøre. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Das hat mir die Lehrerin auch gesagt, das war auch bei uns, aber das ist doch mal in der Fall. Das hat mir die Sportlehrerin dann auch schon getrennt. In der vierten Klasse habe ich schon mal so ein kleines Wittchen gesehen, die läuft so. Und manche laufen auch so. Ja, kleine Kijakke. Und es gibt noch manche, die war... Und manche Menschen... Und manche Menschen... Und manche Menschen...